Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Organisation Organisation Nummer 1 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. In unserer Organisation arbeiten viele Menschen zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. In unserer Organisation arbeiten viele Menschen zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. In unserer Organisation arbeiten viele Menschen zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Die Organisation unterstützt soziale Projekte und setzt sich für positive Veränderungen im Gemeinwesen ein. Die Organisation unterstützt soziale Projekte und setzt sich für positive Veränderungen im Gemeinwesen ein. Jedes Teammitglied spielt eine wichtige Rolle in der Organisation und trägt zum Erfolg bei. Jedes Teammitglied spielt eine wichtige Rolle in der Organisation und trägt zum Erfolg bei. Unsere Organisation legt großen Wert auf Transparenz und offene Kommunikation zwischen den Mitgliedern. Unsere Organisation legt großen Wert auf Transparenz und offene Kommunikation zwischen den Mitgliedern. Die Organisation fördert die persönliche und berufliche Entwicklung ihrer Mitglieder. Gemeinsam schaffen wir eine positive Arbeitsatmosphäre in unserer Organisation. Gemeinsam schaffen wir eine positive Arbeitsatmosphäre in unserer Organisation. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.